Furiby VR01 FEV Brille hat zwei Antennen und liefert ein sehr gutes Bild, obwohl diese innen nur einen Video Empfänger hat und nicht wie erwartet einen Diversity Empfänger. Das LCD hat 480x270 Pixel und trotzdem noch ein gutes Bild. Ein Adapter für Video Empfänger ist dabei, ein Akku leider nicht. Man kann aber ein gewöhnliches 2S oder 3S Lipo einsetzen. Ich nutze hier ein 2S 7,4 Volt Lipo welches ich seitlich mit einem Klettverschluss angebracht habe. Das 4,3 Zoll LCD unterstützt PAL und NTSC Signal und zeigt leider alles im 16 zu 9 Seiten Verhältnis dar. Die Video Kanal Such Funktion wird per Knopf oben aktiviert. 40 Kanäle können empfangen werden inklusive dem Racerband. Rechts kann manuell das Video Band umgeschaltet werden. Und über den zweiten Knopf wird der Kanal geschaltet. Mit dem dritten Knopf kann die Eingangsquelle auf extern umgeschaltet werden. Beim lange drücken auf dem Knopf werden die Einstellungen angezeigt. Hier kann man die Helligkeit, Farbe und Kontrast der Brille einstellen. Die Grundeinstellung liefert aber schon sehr gute Farben und Kontrast. Ich bin erstaunt dass die zirkulare Rechtsdrehende Antenne und die Pinch Antenne sehr gutes Bild liefern. Nur das LCD könnte eine höhere Auflösung haben. Die Brille hat eine große Aussparung für die Nase und genug Platz für eine Lesebrille. So kann ich meine Lesebrille dort anbringen und sehe somit ein scharfes Bild. Das Stirnband ist weich und die Brille ist sehr angenehm zu tragen. Die FPV Brille finde ich perfekt für jeden Anfänger. Ich habe hier die Ölgebein. So. Ich habe hier die Gäste auf den Eingangs geführt. Ich habe hier die Gäste auf die Gäste auf den Eingangs gelegt. Dann wird die Gäste auf den Eingangs gelegt. Und jetzt kommt die Karte.